Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Ich komme frisch vom Friseur, ich sehe nicht mehr aus wie Rapunzel. Es war wie scharfe Scheren. Und zwar habe ich, ich habe ja auch mein schlaues Blöckchen, wo ich mir Notizen gemacht habe, extra diesmal, damit ich auch genau weiß, dass ich alles habe, was ich sagen wollte. Und zwar geht es heute um das Thema, wie wird man YouTuber bzw. wie ist das YouTuber zu sein? Wo wir ja auch schon, klar, es ist, ich muss kurz ausschweifen oder wegschweifen, muss kurz von Anfang an erzählen. Und zwar habe ich mit YouTube angefangen, weil ich wollte, wir hatten immer wieder so Gespräche im TS und dann wurde auf YouTuber geschimpft und die haben gar nicht so viel arbeitet, die haben das, das besteht alles nur aus Spaß und so weiter und so fort. oder andere, die sind nur geldgeil und so weiter und so fort. Jedenfalls habe ich mir dann irgendwann gedacht, so, du kannst gar nichts darüber sagen, weil du kennst keinen YouTuber, du kriegst die Arbeit nie mit, du sitzt immer nur vor diesen, vor den Kamera, ja, Videos, guckst dir die an und hast die Endergebnisse, aber du weißt nicht, wie funktioniert das. Also habe ich mir gedacht, ich hatte da schon öfters Interesse, ich spiele gerne Spiele, habe ich gedacht, so, weißt du was, fängst du einfach mal an und testest aus. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe, mein erstes Video war in Arc und habe, ich habe das ausgetestet, wie das so ist. Die Qualität war zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich gut. Dann auch die Audioqualität, also seitdem hat sich schon einiges verändert. Es sind erst drei, vier Monate, das ist noch gar nicht so lange. Aber es hat sich schon einiges getan. Und ich weiß noch ganz genau, ich war so aufgeregt gewesen vor mein erstes Video und die Aufregung, das waren die ersten Videos gewesen, die Aufregung, die ging nicht mehr weg. Jetzt ist das, jetzt ist das ein bisschen normaler geworden schon. Also das, ja, das ist schon etwas normaler geworden. Und das ist nicht mehr so aufgeregt. Und oh Gott, oh Gott, das, das habe ich jetzt nur bei der Facecam oder so wie bei das hier, dass man mich sieht auch beim Reden. Und da bin ich dann noch ein bisschen aufgeregt. Ja, da, das, das habe ich dann noch. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie besser wird. Ich hoffe es, weil, ja, keine Ahnung. Aber, ähm, ich habe dann nach und nach, ich dachte, machst du dann erst mal ein paar Videos, machst du ein paar Spiele und testest mal so ein bisschen rum, probierst du so rum. Ich habe null Ahnung gehabt. Null. Wirklich, ich habe da keine Ahnung gehabt. Ähm, achso, übrigens muss ich zwischendurch sagen, das hier ist kein Video, in dem ich euch Tipps gebe, wie ihr YouTuber werdet, sondern eher, äh, auf Erfahrungen basierend, äh, die ich selbst gemacht habe, erzähle ich euch ein paar Dinge und ihr müsstet dann nur selber entscheiden, was ihr macht, wie ihr macht. Aber es sind immer viele, äh, die sagen, oh, ich würde das auch gerne machen und so. Und, ähm, ja, jetzt geht's aber erst mal weiter. Ich habe null Erfahrung. Ich hatte, ich weiß nicht, wie man, wusste nicht, wie man Videos schneidet. Ich wusste, ich wusste überhaupt nichts null. Ich wusste nicht, was ein Thumbnail ist. Ähm, ich wusste wirklich gar nichts. Äh, dann habe ich angefangen, mir selber YouTube-Tutorials über die ganzen Programme, die man braucht, wie man was macht, habe ich mir nach und nach, am Anfang habe ich Videos aufgenommen und so wie sie waren, hochgeladen. Äh, ganz einfach, weil ich es nicht anders wusste. Ich wusste es nicht anders. Und, ja, und dann kam das dazu, dass ich dann angefangen habe zu schneiden. Ich habe es zu schneiden gelernt. Mein erstes Programm war, oh, wie das hieß, weiß ich gar nicht mehr. Das Schneideprogramm. Das war auf jeden Fall umsonst gewesen. Jetzt habe ich Sony Movie Studio Platinum. Mit dem komme ich am besten zurecht. Äh, klar, Vegas soll besser sein. Ich habe es ausprobiert. Das ist mir aber noch zu kompliziert. Wie gesagt, technisch total die Niete. Und, auf jeden Fall habe ich dann, ähm, mich für Sony Movie Studio Platinum entschieden. Das ist, äh, für mich genau richtig. Ich komme damit super klar. Es gibt immer noch vieles, was ich noch nicht weiß, wie ich was mache. Habe aber schon einiges gelernt da drin, äh, durch selber machen. Dann, ich weiß nicht, äh, wie viel kostet das? Zwischen 60 bis 80 Euro? Ich will nichts Falsches sagen, aber ungefähr. Äh, das ist keine Währung. Das ist einfach nur, ich erzähle hier gerade einfach nur, was ich selber benutze und meine Erfahrungen. Ähm, dann habe ich, gut, den Laptop. Das ist ein richtig teurer Laptop. Das ist ein guter Laptop. Predator 17 ist das. Mit, äh, ne GTX 980 M. Und auf jeden Fall habe ich, ähm, man sieht ja auch so ein bisschen im Hintergrund meine Tochter. Die, äh, schwirrt hier noch so rum. Da sieht man den Schatten hinten an der Wand. Ähm, und ja, hier. Fürs Fenster. Ähm, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe, äh, ich habe eigentlich einen guten Laptop. Ja, das können nicht viele von sich sagen. Aber viele machen es auch gar nicht mit dem Laptop, ja, sondern wirklich mit PC. Und am Anfang habe ich gedacht, gut, probierst du aus mit dem, was du hast und mit dem, was du weißt. Nämlich nichts. Null. Headset, No-Name. Ich weiß gar nicht, was es war. Auf jeden Fall ist es ein ganz billiges gewesen. Ich glaube, man hat das in den ersten Videos auch echt gehört. Äh, das Headset benutze ich heute immer noch, aber nur für die Kopfhörer. Ähm, das ist eigentlich ganz okay. Da brauche ich jetzt im Moment nicht unbedingt neue. Da gibt es eine andere Priorität, die ich jetzt nach und nach mir gerne anschaffen möchte. Ähm, dann eine Maus, auch eine No-Name-Maus, die aber so laut war bis vor ein paar Tagen. Äh, was heißt vor ein paar Tagen? Ich habe jetzt eine neue Maus und die Videos kommen aber erst noch mit der neuen Maus. Ansonsten hört man in jedem Video diese Klickerei von der Maus. Das ging mir so auf den Sack, wirklich. Es ging mir wirklich tierisch auf den Sack. Ich musste auch viel rausschneiden, damit man nicht so viel hört. Und man hat immer noch genug gehört. Jedenfalls, äh, habe ich jetzt von Logitech eine Maus. Irgendwas mit Silent stand da drauf. Also sie ist wirklich leise beim Klicken. Ja, hörst du nichts. Und, ähm, ja, jedenfalls, äh, was, 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 was habe ich noch gehabt? Oder habe ich, was habe ich jetzt im Nachhinein? Ich habe im Nachhinein, habe ich mir noch, äh, noch Dinge besorgt gehabt. Aber, ich muss vorher sagen, am Anfang war es ausprobieren. Wie ist das? Und macht es Spaß? Und, äh, trotz dieser ganzen Schwierigkeit, ich meine, ich bin ja nun mal schon was älter, aber trotz, und, und mit Technik habe ich nie irgendwie was zu tun gehabt. Und trotzdem muss ich sagen, es fing dann an, echt Spaß zu machen. Wirklich, wirklich, wirklich Spaß zu machen. Und, ich weiß nicht, ich habe gedacht, so, solange das so ist, machst du es auf jeden Fall weiter. Und im Moment muss ich sagen, äh, bin ich an dem Punkt, ich möchte es auf jeden Fall richtig weitermachen. Denn es macht, wie gesagt, sehr viel Spaß. Und, klar, ich bin noch nicht so gut wie andere, die wer weiß, wie viele Abonnenten haben. Im Moment, äh, kämpfe ich erst mal die 80 zu knacken, weil, ähm, die Abonnentenzahl geht immer auf die 80 und dann immer wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Äh, aber ich habe gehört, die ersten 100 sollen, ähm, 100 Abonnenten sollen richtig hart sein, das zu erreichen. Ja, das ist aber ein anderes Thema. So, ich gucke mal eben auf mein schlaues Zettelchen. Ähm, achso, genau, bei der, bei der Frage, ähm, wie wird man YouTuber und wie ist es YouTuber zu sein? Erstens mal, ich selber sehe mich eigentlich gar nicht als YouTuber. Das ist für mich ganz komisch, wenn man mich und meine Videos, äh, mit als YouTuber in Verbindung bringt. Irgendwie ganz komisch. Ich kenne das irgendwie so. Es ist ganz komisch, weiß ich nicht. Und, aber, aber wenn man sich mal überlegt, die Definition, für mich persönlich, meiner Meinung nach, YouTuber ist man, sobald man aktiv seinen YouTube-Kanal betreibt. Aktiv, wirklich daran arbeitet, regelmäßig Sachen hochlädt und sich Mühe gibt und auch sich versucht zu verbessern. Da ist, da ist man, egal, ob man dann ein Abonnent hat oder tausende Abonnenten, dann ist man schon YouTuber. Man hört hier meine kleine Ziege bellen. Weiß nicht, kann ich das kurz zeigen? Weiß ich gar nicht. So. Hier diese kleine, kleine Ziege. Ja, hallo, kleine Ziege. Hallo. So, jetzt habe ich, glaube ich, die Einstellung von dem Video irgendwie. Ach Gott, die Sonne kommt hier näher. Ich habe hier eine ganz komische Konstruktion, damit das Video, äh, das Handy stehen bleibt. Ich habe immer noch Handy. Das ist blöd. Und du hast jetzt mal auf zu bellen. Das geht nicht. Das nehme ich alles mit auf. Das geht nicht. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, egal, wie viele Abonnenten man hat, man ist YouTuber, sobald man aktiv den Kanal betreibt. Ähm, ist meine Meinung jedenfalls. Und, äh, was, was haben wir noch, ähm, 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 achso, ja, was habe ich, ich habe, seitdem hat sich aber auch einiges schon verändert. Das heißt, ich, ähm, bin da schon ein bisschen routinierter mit dem Quatschen. Ich quatsche da sowieso ziemlich gerne, ziemlich viel. Viele Leute werden jetzt sagen, oh ja, Scheiße, ist aber so. Ähm, ich habe dann angefangen, ich habe mir ein, ähm, ein Mikrofon, habe ich mir dann zugelegt, das Auna Mic 900. Damit bin ich sehr zufrieden und anderen scheinen auch. Es wurde sofort bemerkt, ah, du hast eine neue, ähm, du hast ein neues Mikro, du hörst dich ganz anders an. Also, und, ja, jetzt, vor kurzem hatte ich, ich hatte noch einen Monitor übrig. Ich hatte noch einen Monitor übrig, den habe ich mir jetzt, ähm, 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 noch mit, was heißt installiert, noch mit dran gebaut an meinem Laptop, äh, verbunden. Also, ich habe jetzt einen zweiten Monitor, so einfacher gesagt. Äh, das habe ich jetzt noch immer, habe ich aber nicht extra gekauft, den hatte ich echt übrig, äh, gehabt. Äh, wie gesagt, die Maus ist mittlerweile neu. Ich habe vor, das nicht immer alles hier über Handy zu machen mit dem, mit dem Aufnehmen, sondern, ähm, möchte mir dafür dann auch irgendwann noch meine Kamera zulegen. Das muss aber erst noch ein bisschen warten. Jedenfalls, ich muss immer so ein bisschen, pssst, pssst, pssst. Ich muss immer so ein bisschen mit der, mit der Kamera von der Sonne hinweg gehen, ein bisschen rutschen immer. Das sieht man immer mehr. Ähm, ja, die Sonne kann ruhig mal stehen bleiben. Äh, jedenfalls, das sind so die Sachen, ähm, wie gesagt, eine neue Kamera, äh, würde ich gerne, die Kinder noch haben, damit das hier, ähm, ein bisschen besser wird. Die Richtung Let's Plays war bei mir, oder ist bei mir immer noch. Äh, ich möchte das machen, ja. Ähm, aber wenn ich so manche Kanäle sehe, wie oft und wie viel die davon hochladen können, äh, an, an Let's Plays und für die verschiedenen Let's Plays, darf das, das mit drei Kindern, ähm, das, das ist irgendwie fast unmöglich. Aber, ähm, ich möchte das weitermachen, also für die, die Let's Plays gucken und die es auch bei mir gucken, auch wenn es nur drei oder vier sind, ähm, keine Angst, ich mache das weiter. Ähm, nur das Interesse an solchen Videos, wie ich es jetzt mache, muss ich sagen, ähm, ist interessant, macht auch genauso Spaß und vielleicht habe ich meine genaue Richtung noch gar nicht gefunden und bin mich noch so ein bisschen am Ausprobieren im Kanal, wie und in welche Richtung das geht und, ähm, und so weiter. Aber ich finde, äh, ich finde beides cool, ich finde beides cool. Einmal Let's Plays und einmal das hier, weil ich labere so gerne, ähm, und spätestens, wenn ihr bis jetzt geguckt habt, hört ihr das euch auch gerne an. Aber, ähm, ja, und das ist so die Richtung, die ich bis jetzt gewählt habe. Das sollte ein kleiner Zwischenbericht sein, ähm, mein Fazit, was heißt Fazit, das wird jetzt wahrscheinlich auch eine längere Erklärung, mein Fazit bis hierher, ach, die Sonne kommt wieder immer, ähm, mein Fazit bis hierher ist, äh, man sollte schon, also vom Computer her, kommt drauf an, was man machen möchte, äh, wenn man mit Let's Plays was machen möchte, der, der Computer sollte schon etwas besser sein, weil, ähm, das ist halt eben die Qualität. Man merkt das, weil es ist nicht nur die Qualität beim Spielen, die man braucht, sondern der Computer, der braucht auch, äh, Leistung gleichzeitig für das Aufnahmeprogramm und das Spielen, also gleichzeitig, das ist, äh, eigentlich das, womit ich auch zwischendurch, obwohl ich schon einen guten Laptop habe zu kämpfen habe, ähm, dass der, aber ich, wie gesagt, Laptop und PC, obwohl sie die gleichen, äh, Anführungen haben, sind ja immer so ein bisschen unterschiedlich, da ist der PC doch noch immer ein bisschen besser, ähm, und trotzdem, ähm, also da sollte das schon ein bisschen was besser sein, dann sollte man euch auch schon, am Anfang, ähm, reicht, würde ich sagen, also ich kam damit auch super zurecht, ein ganzes Lauf, stinkt nochmal das Headset, warte, ich muss mal gucken, ob ich jetzt zur anderen Seite mit der, mit der, äh, bisschen gehe, ähm, so, jetzt kann die Sonne weitergehen, jetzt sind wir hier, ähm, jedenfalls, äh, sollte man schon ein bisschen besseren Computer oder Laptop haben, ähm, das Mikro auch, das, ähm, das, ähm, das, ja, man sollte, aber man muss das nicht am Anfang haben, es reicht, dass man euch überhaupt erstmal hört, wenn es nicht unbedingt ein schrilles Piepen ist, oder ein extrem starkes Rauschen, reicht das auch alles erstmal, ähm, was noch, auch die Maus, dass ich mir die gekauft habe, dann ist halt lautes Klicken am Anfang dabei, also so viel, man braucht nicht viel, aber ich persönlich würde sagen, am Anfang ist wirklich der Computer, äh, dass, also die Leistung muss stimmen, die Leistung muss einfach stimmen, und, ähm, das muss jetzt keine perfekte Quali sein, aber, äh, der Computer sollte schon auf einem Programm und Spiel gleichzeitig packen können, und, äh, das ist das Einzige, so. Ich möchte mich aber weiterhin noch verbessern, das hat man jetzt auch gehört, ne, ja, die versuchen immer alles so, um auch unbedingt mit auf die Aufnahme zu kommen, dann wird laut geatmet, dann werden die Hundebellen gelassen, ne, und, ja, das, wenn man drei Kinder hat, ähm, passiert das so, äh, und auf jeden Fall, ähm, ja, für die, die, ach so, noch ein ganz wichtiges Thema, ich habe ganz oft, auch im TS schon gehabt, dass etwas Jüngere, äh, zu, äh, zu mir kamen und, und wegen YouTube gefragt haben, und die würden das auch gerne machen, für Jüngere ist erstmal, oh, YouTube, ganz toll, und, äh, ich möchte das auch, und dass man dann so nette Kommentare schreibt, und, 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 halt eben dieses, ja, ist anscheinend was, was Tolles, und, ähm, erstmal finde ich das cool, wenn, wenn jemand so eine Idee hat und das gerne machen möchte, allerdings, ich finde es erstmal gut, wenn man, wenn man die Idee hat für, äh, für YouTube, wenn man das machen möchte, und wenn man halt eben eine Vorstellung hat, erstmal, Schule ist immer wichtiger, immer, egal wie, geht immer vor, Schule, Arbeit, alles, es geht immer vor, das müsst ihr, ne, also, für die, die Zeit müsst ihr das als, äh, Hobby machen, ja, also, so, dass ihr euch richtig hinter klemmt, würde ich sagen, macht es erstmal die Schule fertig, das ist echt, echt wichtig, ähm, ja, zweitens, ist es schwierig, ach, es hört sich immer so blöd an, ich mag die Kleineren mit ihren, viele drücken es aus mit ihren Piepsstimmen, ja, äh, ich mag die Kleinen mit ihren Piepsstimmen, ich hab überhaupt nichts gegen die, überhaupt nichts, ich bin eigentlich eine, die kann sich das den ganzen Tag anhören, das macht nichts, klar, hab Kinder, mir macht das nichts, es ist normal, das verändert sich auch irgendwann, aber Leute, ähm, das YouTube, von dem ihr träumt, da solltet ihr echt warten, bis ihr ein, ähm, etwas dunklere Stimme bekommt, ja, es kommt ja, der Stimmbruch kommt ja irgendwann, und dann, dann fängt das an, und da solltet ihr echt noch ein bisschen warten, bis das soweit ist, denn, äh, ja, einfach auch alleine, um euch ein bisschen zu schützen, es kommen immer wieder Kommentare, äh, oder ich lese das auch bei anderen, immer wieder Kommentare, äh, wo sich dann über die, äh, Piepsstimmen, äh, kaputt gelacht wird, und, äh, das ist dann nicht schön, das sind dann Erfahrungen für die, äh, Videomacher, äh, egal in welchem Alter sie sind, die dann nicht so wirklich schön sind, weil in dem Moment, man soll das Video bewerten und nicht, ne, so, naja, ist auch egal, aber das ist, äh, ist ein schwieriges Thema, finde ich, ich selbst hab keine Probleme damit, würde aber dennoch raten, dass ihr dann noch ein bisschen, vielleicht könnt ihr in der Zeit ein bisschen üben, paar Videos für zu Hause aufnehmen, dass ihr Übungen bekommt, äh, dass ihr da routinierter seid, und irgendwann, wenn es dann soweit ist, dass ihr dann sagt, so, jetzt kann ich auf YouTube gehen und das Ganze machen, ähm, ich, das ist jetzt bei mir hier nur ein Zwischenbericht gewesen, ähm, um halt eben mal ein bisschen zu erzählen, meine Tochter macht schon lange den Hals, äh, die möchte gerne am liebsten mit auf die Kamera, ja, irgendwann mal, ne, aber nicht bei so, solche Themen ist nicht gut. Ich kenn mich da auch gar nicht aus. Du kennst dich da auch nicht aus, das ist wohl wahr, ne? Äh, Schminkvideos mach ich keine, damit kennt sie sich aus, aber, äh, ne. Naja, äh, guck mal nochmal auf mein, mein Schlausszettelchen. Ja, hab alles, äh, durch. Nein, ist nur ein Zwischenbericht bis jetzt gewesen, ähm, äh, ich kann ja eigentlich auch gar nicht viel sagen. Ich will nur von dem Zeitpunkt, wo ich angefangen hab, bis jetzt, sind es vier Monate ungefähr, circa, aber in der Zeit kann man auch schon einiges berichten, die Erfahrungen, die man bis dahin schon gemacht hat. Ich hab zum Beispiel sehr viele Erfahrungen gemacht. Ich hab so viel gelernt durch die ganzen Tutorials, wie man was macht, das hab ich alles von YouTube, das eine oder andere hab ich auch gefragt bei, äh, Freunden aus dem TS, die, äh, so nett waren, mir das erklärt haben. Vieles konnten die mir dann aber auch nicht wirklich erklären, ähm, und da hab ich das halt eben das meiste, ich wollte dich auch nicht immer nur stören, ja, immer sagen, hm, pass auf, kannst du mal, kannst du mal helfen und daraufhin, ähm, hab ich mir das dann versucht, selber alles beizubringen und einiges hab ich schon geschafft, es fehlt, fehlt aber noch so, so viel, ja. Ähm, ich hoffe, das, äh, Video hat euch gefallen, dann lass einen Daumen nach oben da oder, äh, wäre sogar schön, wenn ihr mich abonnieren würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt, da würde ich mich sehr drüber freuen, ja, zeige ich mal deinen Daumen, so. Und, ähm, ja, man hört sich beim nächsten Video, ich weiß nicht, ich hab noch einige Themen, wo ich Ideen von hab, wo ich erzählen könnte, ähm, ob es jemanden interessiert oder nicht, werden wir ja dann sehen, ich hab auf jeden Fall viel zu erzählen, es kommen noch einige Videos, aber jetzt erstmal ein bisschen warten. Ähm, und ansonsten, ähm, wünsche ich euch, ach so, es kommen die nächsten Tage, ich weiß nicht, ob es heute, morgen oder übermorgen, kommt auf jeden Fall noch ein Livestream, Test-Livestream, ich muss ausprobieren und testen, ob meine Einstellungen richtig sind, die ich da gemacht habe, ob man die Follower sieht, und, ähm, halt eben so kleine Einstellungen, wie gesagt, technisch, total, totalen Miete hier. Ähm, ich möchte auf jeden Fall testen, ob das alles so seine Richtigkeit hat, also, das wird definitiv die nächsten Tage kommen, auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall die nächsten Tage, ich hoffe, äh, was heißt da, ihr müsst nicht zuschauen, wäre aber schön, wenn ihr da wärt und mittesten könntet, ähm, vor allem kann beim ersten Livestream ja noch so viel schief gehen, ja, dann werdet ihr live dabei, äh, auf jeden Fall, aber ansonsten kommt dann, ähm, nach Silvester wird dann der richtige Livestream sein, und da geht es dann um den Server, wo ihr definitiv dabei sein solltet, also für diejenigen, äh, die sich jetzt für ARC und den ARC-Server noch interessieren, hat jetzt mit diesem Thema ja nichts zu tun, ich weiß auch gar nicht, ob die ARC-Leute sich das hier alles angucken, aber wenn doch, dann wird dann ein Video noch rauskommen, und, äh, wo ich euch die Info gebe, wann ich den, äh, richtigen Livestream mache, für, äh, die ARC-Entscheidung, ja, was wir machen, wie wir es machen sollen, da dürft ihr dann mitentscheiden, und, ja, wie gesagt, die nächsten Tage erstmal einen Test-Livestream, und vielleicht habt ihr ja Bock dabei zu sein, und, äh, mitzutesten, und ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, also, wenn ihr jetzt YouTuber werden wollt, ähm, wissen wollt, wie das ist, dann wollt ihr das auch noch in ein, zwei Jahren, ja, also, der Wunsch geht nicht weg, wenn er einmal da ist, ähm, ansonsten, wenn ihr gar nicht mehr abwarten wollt, probiert es aus, schaut, wo es euch hinführt, ob es euch überhaupt Spaß macht, äh, das ist einfach nur, ich wollte euch meine Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, ist ein Zwischenstand, wollte ich euch meine Erfahrung mitteilen, und, äh, sammelt ihr eure eigenen, ich hoffe, es werden schöne sein, und ansonsten sage ich, tschau, tschau, bis zum nächsten Video, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh,